Du hast Probleme in Latein? Dann habe ich jetzt die perfekte Lösung. Auf meiner Website findet ihr Massen an Lerntutorials, Übungen, Klausuren zu allen Themen perfekt auf den Lernstoff angepasst. Werde jetzt einer von vielen Usern und gehe den Weg zur 1 in Latein. Link in der Beschreibung. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon heute den Titel gesehen habt, geht es heute mal um die Wörter Qui, Quer, Quot. Und zwar fragen wir uns heute mal, was sind denn überhaupt Qui, Quer, Quot? Wozu braucht man das Ganze in Latein? Und warum ist es so wichtig, sich diese Wörter doch mal vor der nächsten Klausur anzugucken? Falls dich für das heute Video interessiert, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du einfach bis zum Ende dranbleiben würdest. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem Video. So, zunächst klären wir überhaupt mal, was Qui, Quer, Quot überhaupt sind. Und zwar, Qui, Quer, Quot können eigentlich als Pronomen fungieren. Das sind im Prinzip Fürworter für Substantive. Jedoch können sie außerdem auch als Relativpronomen verwendet werden. Also damit leiten sie zum Beispiel Relativsätze an oder relativische Satzanschlüsse. Zu Relativsätzen habe ich schon mal ein einzelnes Video gemacht. Das könnt ihr auf jeden Fall mal auf meinem Kanal abchecken. Und Fürwörter habe ich ansonsten auch schon mal in einem anderen Video erklärt. Jedoch hier muss man sich vor allen Dingen eigentlich vor Augen führen, dass es häufig die Relativpronomen sind, die man verwendet. Und nicht die Fürwörter, weil dort gibt es eben noch so Begriffe wie zum Beispiel is, er, it. Die werden wir uns später nochmal in einem anderen Video angucken werden. Aber heute geht es vor allen Dingen mal dann um die Relativpronomen. Ein weiterer Aspekt, den man auf jeden Fall dazu wissen muss, ist, dass sie eben in allen Kasi, Numeri und Geni vorhanden sein können. Also sie sind deklinierbar und werden dann eben auch mit der, die, das im Deutschen übersetzt. So kommen wir hier mal zum ersten Beispiel, nämlich dem Relativsatz, wo man zum Beispiel Quee-Quee-Quot findet. Und hier haben wir direkt schon mal eine Tabelle. Die ist übrigens aus dem Internet. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Da gibt es 1000 Tabellen zu Quee-Quee-Quot. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich auch in eurem Lateinbuch ebenfalls so eine Tabelle und könnt das da einfach auswendig lernen. Und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, lernt diese Tabelle auswendig. Es werden nämlich noch andere Pronomen kommen, die eben sehr, sehr wichtig sind, dann eben auch zu können. Und die Basis eigentlich aus dem Deklinieren für diese neuen Pronomen ist eigentlich Quee-Quee-Quot. Das bedeutet, wenn ihr Quee-Quee-Quot könnt, dann könnt ihr die meisten anderen kommenden Pronomen auch relativ einfach lernen. Deshalb Quee-Quee-Quot auf jeden Fall auswendig lernen. So, hier ist jetzt mal ein Beispiel dafür. Pu-er-Quee-Bonus-Doket. Zunächst einmal sehen wir hier Quee ist drin. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie man an sich einen Satz übersetzt, sondern wir gehen jetzt hier vor allen Dingen auch Quee ein, weil es eben ein Relativsatz ist. Wir sehen also Quee-Quee-Quot. Das bedeutet, wir müssen hier ein Bezugswort finden, da sich eben ein Relativpronomen, wie wir das auch schon aus dem Deutschen kennen, immer auf ein anderes Wort bezieht. Und das ist in dem Fall eben ein KNG-Kongruenz. Wenn wir das dann gefunden haben, das ist in dem Fall jetzt nicht besonders schwer, das ist hier Pu-er, weil Quee im gleichen Kasus, Numerus und Genus wie Pu-er steht. Wenn wir das dann gefunden haben, dann wissen wir schon mal, Quee bezieht sich hier auf Pu-er. Und dann gehen wir einfach auf den Nebensatz ein, ganz normal Verb im Nebensatz finden und den Satz dann eben übersetzen mit einem Relativsatz, also durch der jetzt zum Beispiel könnte man es machen. Das wäre dann die Übersetzung, der Junge, der gut lernt. Ich denke mal, ihr hattet das Ganze auch schon mal im Deutschen, also ein ganz normalen Relativsatz, Quee einfach nur als der, die das übersetzen und das Ganze dann mit dem Bezugswort verbinden, das dann eben in einer KNG-Kongruenz zu Quee-Quee-Quot stehen muss. So kommen wir jetzt hier noch zum zweiten Fall, der relativ häufig auch noch auftritt, dann seid ihr eigentlich perfekt vorbereitet für Quee-Quee-Quot, das ist der relativische Satzanschluss. Und zwar ist das im Prinzip der Fall, wenn eine Form von Quee-Quee-Quot am Anfang eines Satzes meist steht. Das bedeutet, hier hat man nicht so einen typischen Relativsatz, wo also ein Substantiv steht und dann ein Komma kommt und dann ein Quee oder ein Quee und dann ein Relativsatz eingeleitet wird, sondern es ist einfach am Anfang eines Satzes. Und dann bezieht sich Quee-Quee-Quot immer auf ein, ja sagen wir Objekt oder auf ein Substantiv aus dem Vorgensatz. Dort verwendet man es dann als Relativpronom ebenfalls. Da kann man dann mal häufig verwenden sowas wie dieser, diese, dieses. In dem Fall, hier jetzt mal als Beispiel, Cäsar, Exerkitum, Disolvit, Kuyus, Dukes, Autem, Remanuerund. Zunächst einmal, weil wir natürlich nicht wissen, ist jetzt hier überhaupt ein Relativsatz drin, weil wir ja immer vom ersten zum zweiten Satz gehen, übersetzen wir den ersten Satz jetzt mal an sich. Und das ist einfach nur übersetzt, Cäsar hat das Heer aufgelöst. Dann sehen wir, Kuyus steht direkt am Anfang, das ist eine Form von Quee-Quee-Quot, also wie gesagt, Lernen, die Formen sind nicht so regelmäßig, deshalb muss man sich die auf jeden Fall angucken und auswendig lernen. Kuyus bestimmen ist hier Genitiv, also dessen, das dann auf den Vorgensatz beziehen, also auf Cäsar, dann als Rest übersetzen noch, also Führer sind aber zurückgeblieben und dann das Ganze zusammenfassen, dessen Führer sind aber zurückgeblieben. Hier bezieht sich dann eben das Dessen auf Cäsar im Satz von davor. Das ist dann ganz wichtig, deswegen heißt es auch relativischer Satzanschluss, weil es nochmal weiter erläutert, was im Satz davor passiert ist. Also es ist jetzt nicht, dass das Relativpronomen ein Substantiv aus dem gleichen Satz noch weiter erläutert, sondern sich bereits auf den vorangestellten Satz bezieht. So, das war es auch schon mit dem kurzen Video zu Quee-Quee-Quot. Falls ich euch damit helfen konnte, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!